Der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich. Hallo ihr Lieben. Hallöchen. Willkommen zurück. Immer wieder ganz was Neues. Ja. Was hast du uns denn heute mitgebracht für ein schönes Thema, nachdem der Sturm gewütet hat in Deutschland? Genau, der hat Sachen hervorgebracht, die vielleicht mit unserem Thema zu tun haben könnten. Nein, ich glaube nicht. Wir sind heute jedoch echt aktuell, was gerade so momentan in den einen oder anderen Medien so abgeht. Deswegen haben wir dieses Thema gewählt, um mal wieder aktuell zu sein. Und wie so oft oder wie immer bei unserem Podcast, wir nehmen uns ein Thema vor, reden darüber, kratzen ein bisschen an der Oberfläche. Und wenn ihr das Gefühl habt und sagt, Mensch, das ist ein geiles Thema, da möchte ich mich ein bisschen mehr mit beschäftigen, fühlt euch frei, recherchiert, stürzt euch ins Internet und ihr könnt euch jetzt gerne schreiben, wenn ihr irgendwas Neues herausfindet. Wir sind überall am Start auf allen Social-Media-Plattformen. Ja, genau. Wir haben auf jeden Fall ein sehr, sehr für mich spannendes Thema. Ich würde das gerne selbst mal machen, habe jetzt aber bei der Recherche festgestellt, dass es, glaube ich, dem menschlichen Körper gar nicht so gut tut. Unser Thema heute, Zeitreisen. Oh yeah, kannst du mich heute Marty McFly nennen vielleicht? Genau, du bist der Marty McFly. Ich bin eher der Outlander-Typ. Vielleicht sagt euch das was. Wir wollen jetzt hier keine Werbung starten, aber du möchtest gerne in die Zukunft, ich würde gerne in die Vergangenheit. Ich würde auch in die Vergangenheit, ich möchte überall hin. Also vorausgesetzt, ich befinde mich in der Vergangenheit und mir kann nichts passieren. Das war ja ein bisschen, wenn man jetzt an Outlander denkt, die Serie, so 1746 oder so. Das ist zum Beispiel gar nicht meine Zeit. Doch, das finde ich auch mega interessant. Ey, wenn du da nur einen Schnupfen hattest, dann wurdest du ja an Karren gebunden und dann war dein Leben vorbei. Naja, ich möchte natürlich nach Ägypten, in die Antike. Ja. Das ist ja außer Frage. Also ich würde gerne tausend Jahre in die Zukunft gehen. Tausend Jahre? Tausend Jahre. Boah, stell dir mal vor. Da sind wir ja gar nicht mehr so, wie wir sind. Du bist da fröhlich im Jahr 2022, so sieht es nämlich aus. Und so Pyramiden. Und dann möchte ich mal ganz genau sehen, wer die gebaut hat. Ja. Falls es klappen sollte, berichte ich euch das auf einer solchen Medienplattform. Ja, also Thema Zeitreisen. Was gerade aktuell ist, ich habe ehrlich gesagt gar keinen Plan, aber du scheinst einen Plan zu haben. Ich wäre ja nicht, ich bin nicht, ich wäre. Und ich nicht so brain, wenn ich keinen Plan hätte. Siehst du? Wenn ich keinen Plan hätte. Ja. Also ich habe ja keinen Plan. So, gut. Also wir starten einfach mal. Thema Zeitreisen. Können wir Menschen überhaupt die Zeit beeinflussen? Ist es überhaupt möglich? Das ist die große Frage. Können wir durch die Zeit reisen? Befinden sich Menschen aktuell hier auf der Erde, die aus der Zukunft kommen? Also die sind ja auch aus der Zukunft auf der Erde, aber nicht in unserer Zeit. Also vielleicht unser Nachbar, ist der vielleicht durch die Zeit gereist? Ich weiß es nicht. Genau, Leben, Zeitreisende unter uns ist auch die große Frage. Es ist alles so mega spannend und unerklärlich, liebe Leute, unerklärlich. Unerklärlich. Ich finde es mega unerklärlich. Voll. Also man kann schrittweise sich rantasten, wenn man die heutige Technik oder sich mit physikalischen Gegebenheiten oder wie auch immer auseinandersetzt, sprengt mein so Brain, muss ich ehrlich sagen. Oh, ich bin gerade gegen den Tisch gekommen. Der Blick war tödlich. Nee, nee, das fand ich dann wirklich nicht so schlimm. Naja, du hast so ein bisschen zur Seite geguckt. Ich darf nämlich immer keine Nebengeräusche machen wegen der guten Tonaufnahme. Ja, ich bin ja sehr bedacht, dass wir unseren HörerInnen eine gute Qualität bringen am Sound. Ich muss sogar mein Handy und meine Uhr weglegen, damit nicht irgendwelche Funkgeräusche kommen. Vielleicht starten wir dann eine Zeitreise, hallo. Ja, vielleicht ist es schon passiert. Du verhinderst hier alles, ja. Ich wollte noch sagen, zum Thema Physik und Zeitreisen, keine Angst, ich komme jetzt nicht an. Oh Gott, jetzt kommt Professor Fröhlich. Oh, Bayern, nee, das lassen wir mal jetzt so hin. Auf Instagram habe ich einen coolen Link gepostet in unserer Story und auf Facebook, wo du auf Amazon zu einem Zeitreisen für Anfänger Physikbuch stößt oder kommst. Für Anfänger, also sowas wie für Dummies oder gibt es doch diese Buch. Ja, ja, quasi. Es ist irgendwie physikalische Erklärungen zum Thema Zeitreisen für Anfänger, irgendwie sowas. Und das ist ein Buch und da habe ich einen Link gepostet, da kann man draufgehen. Für die, die sich dafür interessieren, können sie sich ja gerne das Buch holen und sich physikalisch damit... Finde ich aber auch mega interessant. Ich glaube, ich folge dem Link mal. Macht es. Ja, gut. Und Bezug nehmt auf unser eigentlich bisher der unerklärliche Podcast, a.k.a. der UFO-Podcast. Philosophie der dritten Art. Haben UFOs mit Zeitreisen zu tun? Sind UFOs zeitreisende Flugobjekte vielleicht von Menschen aus der Zukunft? Vielleicht sind wir Menschen aus der Zukunft ja irgendwie anders, haben uns mutiert oder wie auch immer. Und außerirdisches Leben ist nicht außerirdisches Leben von einem anderen Planeten, sondern von uns. Also wir sind das von unserer Erde, nur halt so wie du sagst, wenn du tausend oder zwei, dreitausend Jahre in die Zukunft reist, vielleicht sehen wir ja so aus. Also ich gehe jetzt ganz tief in irgendwelche Absurditäten vielleicht rein, aber es könnte ja sein, dass die UFOs, die wir sehen, zeitreisende Objekte sind von uns Menschen selbst erbaut. Was sagst du denn dazu? Ja, ist eine gute Theorie, kann doch sein, möglich ist es, vielleicht können wir unter Wasser atmen. Und paranormale Dinge wie, weiß ich nicht, auch wenn man so irgendwie jetzt plump gesagt einen Geist sieht oder so, vielleicht ist das ja auch irgendwie so eine Art Schatten eines Zeitreisenden oder ich weiß es nicht. Wo irgendwie vielleicht was schiefgegangen ist leider oder so, wo dann irgendwelche Reste der Seele oder des Objektes noch zu sehen sind. Naja, das sind alles Fragen über Fragen, die man wahrscheinlich, also jetzt in der heutigen Zeit einfach noch nicht erklären kann, weil sonst hätte man es ja schon erklärt. Oder es sind in den Tiefen der Geheimakten von, weiß ich nicht, irgendwelchen Mächten, vielleicht ist sowas schon erklärt, vielleicht besteht sowas schon, ja. Wir Normalo-Bürger wissen es nur leider nicht. Ich habe auch mal gehört, dass wenn du Albträume hast oder Träume von dir selbst in irgendwelchen Situationen, die halt so gar nicht zu dir passen oder die so komplett verwirrend sind und abstrakt, dass das Erinnerungen von dir sind aus der Zukunft oder aus einem Paralleluniversum. Ja, das, auch so Déjà-vu's, ne? Dass du, quasi wenn du zum Beispiel, ich habe ja, wie du ja sicherlich weißt, da wir ja ein Bett teilen, keine Angst, wir sind verheiratet, dass ich ja hin und wieder eigentlich jede Nacht immer aufschrecke durch meine Albträume, die ich ja leider immer habe. Und da ist es ja oft so, dass ich dann sterbe in meinem Traum und dann, bevor ich halt gerade kurz vorm Sterben bin, werde ich ja wach. Und da habe ich mal gelesen, dass das dann sozusagen deinen Tod aus einem Paralleluniversum zeigt. In wie viel Paralleluniversum bist du denn dann unterwegs? Das ist eine krasse Frage, das weiß ich auch nicht. Und das habe ich gelesen, habe ich dazu aber auch mal, das haben der ein oder andere vielleicht auch schon mal gehört, dass das Universum nichts verschwendet. Nichts verschwendet? Ja. Das verschwendet nichts. Verstehe ich nicht. Ne, das ist nicht, also alles hat einen Sinn. Ach so. Nichts ist einfach da, weil es einfach nur so da ist, sondern alles ist, hat einen Grund sozusagen. Und da wird nichts verschwendet. Das heißt, wenn du jetzt eine Seele hast, als Beispiel, daran denke ich, also das glaube ich, dass man eine Seele hat, weil diese ganzen Gefühle, also dieser ganzen Charakter, wie du bist, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gehirn das machen kann. Weil das Gehirn halt so sehen, hören, sprechen und fühlen und so kann, nur deine Art, wie du bist, verstehst du, was ich meine? Jeder Mensch ist ja unterschiedlich. Steuert auch das Gehirn. Naja, aber so dein Charakter einfach, weißt du, was ich meine? Und das soll von wo kommen? Vom Universum? Naja, dass du quasi deine Seele in deinem Körper ist und dieser Körper ist halt einfach nur eine Hülle, die irgendwann halt abläuft, wie Essen. Und so wie in Seelen, dass deine Seele nach dem Tod dann irgendwie hochschwebt. Genau, dann gehst du woanders hin. Dann bist du einfach, dann sagst du, okay, alles klar, ich geh von der Erde weg und wut und dann lebst du auf dem Mars oder keine Ahnung. Und das ist dann wieder zeitreisend, dass deine Seele quasi schon so lange existiert und auch noch weiter existieren wird, weil das Universum nichts verschwendet, dass du daher diese Paralleluniversum-Träume hast. Boah, das ist ganz schön krass. Ja, da kommst du auch voll in dieses buddhistische, in diese buddhistische Gedanken. Ist es da so? Weil, na, da, ist es da nicht so, dass wenn man stirbt, man sagt, man wird wiedergeboren als irgendwas anderes? Ist ja, für mich ist es so, dass die Seele neu geboren wird als was anderes. Ja, genau, so wie du dein Leben geführt hast, so wirst du entweder beschenkt oder bestraft. Ja, so, okay, jetzt mal, das hat jetzt sehr weit abgedriftet, ein bisschen, Zeitreisen, nach dem Tod. Seelenzeitreisen, das ist noch crazieriger. Okay, na stimmt, vielleicht sterbe ich ja und erwache wieder im 17. Jahrhundert als Ochse. Meerschweinchen. Okay, es gibt mehrere Hinweise in Anführungsstrichen oder ja, viele, viele, viele Bilder, wenn man auch irgendwie auf den ganzen Netzwerken unterwegs ist, dann siehst du da auf einmal irgendwie ein Bild aus dem weiß ich nicht wie vierten Jahrhundert und du denkst dir, also habe ich letztens irgendwie gesehen, das ist doch der Ösil, der Fußballer Ösil. Und es gibt tausend verschiedene Sachen oder es gibt auch ein, 2013 gab es in dem, in der New York Public Library wurde ein Foto veröffentlicht, dieses Foto existiert und ist da in der Bücherei, wo man ein Foto sieht von zwei Menschen und der eine Mensch sieht einfach mal aus wie Jay-Z. Nee. Nee. Doch, das musst du mal googeln. Das ist so krass und Jay-Z hat sich nie öffentlich zu diesem Foto geäußert irgendwie, ne? Dann gab es halt Spekulationen. Ich weiß gar nicht, warum das Foto veröffentlicht wurde, vielleicht irgendwie durch einen Zufall oder so. Auf jeden Fall hat es halt wirklich die Runde gemacht und der sieht echt haargenau aus wie Jay-Z. Krass. Genau, also sieht aus wie Jay-Z und er hat sich aber nie dazu öffentlich geäußert, deswegen geht man davon aus, dass vielleicht doch ein bisschen die Möglichkeit bestehen würde, dass er ein Zeitreisender ist. Ja, es gibt ja auch noch eine ganz verwirrende Theorie über Jay-Z, dass, also es gibt da so eine Story, die ich mal gelesen habe, dass er und Beyoncé in einem Flugzeug sich als Reptiloiden verwandelt haben und dann wieder zurückgewandelt haben, weil sie das gerade nicht unter Kontrolle bringen konnte und das haben irgendwie mehrere Leute, also, oh Gott, wie heißt denn das, wenn man als Zeuge sagt, dass das passiert ist? Das haben sie bezeugt. Bezeugt? Das klingt, bestätigt. Wie heißt das so schön? Ganz einfach. Wenn du auf das Wort nicht kommst, such ein anderes. Bestätigt. Also, naja, diese Reptoin-Geschichte, naja, gut. Ja, egal, also da gibt es ja viele komische Theorien über alle möglichen Persönlichkeiten. Ja, aber diese Bilder mit Ösi und so und weiß ich mit ganz vielen anderen Leuten und so, da kenne ich auch ganz viele Bilder. Das ist teilweise richtig gruselig, weil sie sehen einfach und dann siehst du irgendein Bild von, weiß nicht, 1500 gefühlt und dann denkst du dir, was? Ich glaube eher, das sind wirklich echte Vorfahren von den jeweiligen Menschen und irgendwie kommt halt das Aussehen immer wieder durch, durch diese Genetik. Dass irgendwie, nach weiß ich nicht wie vielen Generationen einfach mal der Mensch wieder aussieht wie der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater. Stell dir mal vor, 1712, dich einfach, ein Foto von dir, Mrs. Fröhlich, fett am Start auf dem Bauernhof mit einer Missgabe in der Hand. Das wäre ja der Hammer. Und ich hinten im Stall und fütter die Schweine. Oder man hat tatsächlich damals schon mal gelebt, weiß es nur nicht mehr, der Kopf spielt einem irgendwie. Die Seele, die Seele kann das nicht mit, das kommt denn in deinen Träumen. Ja. Der Verstand kann, weil deine Hülle, dein Körper, dein Gehirn, diese Sperre, die wir da drin haben, die verhindert das. Leute, wir haben es geklärt, alles klar, danke fürs Reinschalten, wir sehen uns wieder. Wollte ich auch gerade sagen, wir haben das Leben erklärt. Okay, weiter. Auf jeden Fall, genau, gehen wir mal in diesen technischen Bereich, dieses ganzen Zeitreisen. Also ich versuche etwas physikalischer zu werden. Ist so mit Wurmlöchern bestimmt und so, ne? Und zwar, ähm, Roswell. Thema Roswell, 1947, ist was abgestürzt, alle gingen ja davon aus, ein ganz großer Teil der Menschheit sagt ja, ein Ufo ist abgestürzt. Ein Farmer hatte damals in Roswell ja Überreste einer Scheibe gefunden, so nannte er es. Das Militär kam, hat ein Foto veröffentlicht von diesen Trümmerteilen. Und, äh, gesagt, uh, das war ein Wetterballon, also gar nicht weit groß spektakulär. Dieses Foto existiert, sie können es nicht mehr zurücknehmen, sie sagen aber immer noch, dass es halt ein Wetterballon war. Aber auf diesen Fotos und diesen Trümmerteilen, ähm, es sind halt Sachen zu sehen, die, ähm, irgendwie so technisch sind, dass sie auf einmal seit dieses Foto entstanden ist, seit dieser Absturz geschehen ist, irgendwie in der Zeit dann als Technik weiterverarbeitet wurde. Also vorher gab es diese Technik nicht und dann auf einmal hatten die Menschen diese Technik. Mikrochips zum Beispiel. So was alles, genau. Also es war jetzt gar kein Ufo, äh, sagen sie, sondern, ähm, zum Beispiel ein, ähm, extra temporales, ähm, Flugobjekt, was irgendwie, ja, Technik beinhaltete, die dann auf einmal die Menschen auch hatten, so wie ich gerade eben schon sagte. Jetzt habe ich mich ein bisschen verworfen in meinen Sätzen. Nö, ist alles gut. Also erstmal sind wir wieder bei dem großen Thema Zufälle. So, das ist so. Genau. So, okay, es ist was abgestürzt, es war aber nur ein Wetterballon, zwei Jahre später Computer, Mikrochips. Ah ja. Genau, und das ist halt dieses, die, diese Situation, äh, bestand halt mit diesem Roswell, es ist halt dieser Absturz passiert und auf einmal gab es sowas wie Mikrochips oder so. Wo man darauf zurückschließen kann, äh, in diesem abgestürzten, äh, Objekt waren diese Art von Technik und auf einmal, pupp, die Menschen haben halt geforscht, 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 sind nicht weitergekommen, Absturz und auf einmal gab es diese Technik, weil sie irgendeinen Schlüssel hatten. Ja, so. Sozusagen. Und da denkt man sich doch, wollt ihr uns eigentlich alle verkohlen? Ja. Ich, das ist doch so, ach. Was durch, also was man in diesem Zeitraum halt dann auch, äh, anhand dieses Absturz feststellen konnte, dass es auf einmal zum Beispiel Nachtsicht-Signal, äh, Geräte gab. Weißt du, die gab es vorher nicht. Irgendwie war man, äh, ja, also Ingenieure in der damaligen Zeit sind zum Beispiel auch bei diesen, ich weiß nicht, ob Mikrochip-Transistoren, habe ich halt gelesen. Transistoren sind kleine, äh, äh, technische, äh, Dinge, die halt alles Mögliche an, äh, Geräten halt, äh, zum Laufen bringen. Und die gab es halt vorher nicht. Daran sind die Menschen, weil, äh, äh, versuchen immer gescheitert, so einen funktionierenden Transistor herzustellen. Absturz, Roswell, auf einmal jings. Das ist doch komisch. Nein, das ist kein Zufall. In dem Moment hatte der Ingenieur einfach einen Geistesblitz. Ach so. Das ist parallel dazu passiert, weißt du, in dem Moment, wo es bam, runtergeknallt ist, weil er so, ich hab ne Idee, Mikrochips, auf geht's. Ja, und, ähm, was man auch anhand von Roswell irgendwie sagen kann, dass es, ähm, vorher so ein Zeitalter der, ähm, ja, Industrie natürlich war, was die Menschen hatten, also viel versucht zu entwickeln, viel herzustellen. Aber nachdem dann, äh, Roswell passiert war, kann man sagen, dass es irgendwie von einer, von einem Industrie-Zeitalter in ein Info-Zeitalter überging, weil man viel bessere Möglichkeiten hatte. Wie, ähm, technische Geräte die Informationen weiterleiten konnten. Irgendwann entstand ja auch das Internet und sowas. Also es gab viele Sachen, die daraus, äh, entstanden sind, dass man viel besser Informationen innerhalb der Welt oder überhaupt der Welt, äh, verbreiten konnte. Und natürlich hatte das Militär ja als erstes das Internet. Ja. Große Überraschung. Ja. Das Militär erfindet den Wetterballon. Ja. Achso, ihr könnt meine Ausrufe, meine Anführungszeichen gar nicht sehen. Nee, das musst du dann. Aber komm, an der Art und Weise, wie ich es gesagt habe, müsste man das raushören. Und dann, ja, ja, ich, ja, es ist, ich, äh, ja, wir sind wieder bei der Frage, warum man nicht einfach sagt, ja Leute, wir haben da ein UFO gefunden, da war Technologie drin, die haben wir uns für einen gemacht und haben damit daraus hier Mikrochips gemacht, Nachtdichtgeräte, Internet, was auch immer. Wo ist das Problem? Weiß ich nicht, aber du sagst jetzt gerade wieder mit UFO, lass es mal kein UFO sein, geh von dem Gedanken jetzt mal weg, weil wir das Thema Zeitreisen haben, dass es gar kein, äh, Flugobjekt aus einer, äh, anderen lebenden, ähm, wie sage ich, Gesellschaft oder äh, lebenden Existenz herkommt, sondern von uns Menschen aus der Zukunft gebracht wurde. Warum sollten Menschen aus der Zukunft technische Sachen zu uns bringen, das soll ja im besten Wille, äh, im besten Sinne eine Hilfestellung für etwas sein. Wollen die Menschen uns aus der Zukunft irgendeine Nachricht übermitteln, es gibt eine schwere Krankheit, es wird eine schwere Krankheit in der, äh, Geschichte, äh, in der Zukunft geben. Hier habt ihr Technik, hier habt ihr Informationen, um dem vielleicht zu entgehen, um die Zukunft zu verändern, dass diese schwere Krankheit nicht kommt. Ein Computervirus, der vielleicht die ganze Zukunftstechnik lahmlegen wird, sodass die Menschen gar nicht mehr richtig leben können, weil ich finde, wir steuern ja immer mehr darauf hin, dass wir nur noch von Technik abhängig leben können. Können, nee, das war ein falscher grammatikalischer Satz, ist egal, zum Beispiel der Sturm. Ja? Der Sturm. Wir hatten jetzt hier irgendwie auch komischerweise irgendwelche, äh, Stromprobleme. Mhm, gestern. Und was, wo, wenn man sich mal hinsetzt und mal kurz zwei Minuten darüber nachdenkt, wie wichtig Strom in der heutigen Zeit für uns Menschen ist. Ja. Es ist ja, wir sind ja abhängig von Strom. Absolut. Und, ähm, oder vielleicht, dass man noch weitergeht und in diesen ganzen Bio-Biorhythmus, in dieses menschliche Dasein reingeht, dass vielleicht irgendwelche Veränderungen an der DNA vorgenommen werden in der Zukunft und das irgendwie schief geht und irgendwas Böses entsteht und die Menschen aus der Zukunft uns Technik bringen, damit so etwas vielleicht nicht passieren kann. Zeitreisen. Ja, du, das heißt ja auch nicht, dass nur Technik in diesem vielleicht von uns geschickten Flugobjekt drin war. Weißt du, was ich meine? Vielleicht waren da ja auch Blutproben drin. So von wegen, Leute, guckt euch mal das Blut hier im Labor an, äh, da ist eine Heilmittel gegen Aids drin. Oder gegen Krebs oder gegen welche Krankheiten auch immer. Ja. Wobei dann wieder die Frage ist, warum man sowas nicht schon längst veröffentlicht hat. Nur du weißt den Gedanken, den ich da meinte, dahinter. Ja. Ja, vielleicht war da ja, weiß ich was, alles drin. Ich habe tatsächlich jetzt letztens irgendwas gelesen, habe es aber leider nicht weiter verfolgt, dass es irgendwie in der Wissenschaft einen Durchbruch gab, glaube ich, wegen, weil du es gerade ansprichst, HIV. Dann konnte irgendeine Frau, glaube ich, da konnte irgendeine Frau, glaube ich, vom HIV-Virus behandelt, ähm, geheilt werden. Mega. Genau. Und das sind halt alles so eine Sachen. Man sagt auch, dass wir uns gerade irgendwie in so einer Phase der Evolution, ich nenne es jetzt, ich muss jetzt halt mal aus dem wissenschaftlichen, er fröhlich guckt mich schon wieder augenzwinkert an. Das ist kein Augenzwinkert, das war mehr böse. Also, dass wir uns gerade, ähm, ja, in so einer Phase der Menschheit befinden, wo vieles, ähm, sich vielleicht verändert, wir das aber natürlich so gar nicht mitbekommen, sondern weil es, ähm, viel in der, äh, Gentechnik gibt. Die Technik wird ja immer von uns weiter vorangeschritten, dass man bestimmte Viren abwehren kann, wie den HIV-Virus, dass es neue Technologien gibt oder eine DNA optimieren kann, klonen kann, neue Gliedmaßen züchten kann. Das gibt es, glaube ich, wohl auch schon irgendwie. Also, irgendwo. Warum guckst du mich da nicht so an bei neue Gliedmaßen? Keine Ahnung, vielleicht kann man dir einen dritten Abend mal geben. Weiß ich nicht. Ja, einfach vielleicht finden solche evolutionären technischen Schritte ja auch statt durch zeitreisende Menschen, die sich hier auf der Erde befinden, die, ähm, uns einfach, ähm, Wissen geben, damit wir vorankommen, damit wir weiter forschen können, weiter experimentieren können. Was ich allerdings auch schwierig finde, weil es ja viele Menschenmächte gibt, die im Geheimen experimentieren und, glaube ich, ganz grausame Dinge auch anstellen. Ja, ja, könnte ich mir vorstellen. Nur jetzt, wo du das eben gerade so gesagt hast, habe ich so die verrückte Idee, dass irgend so ein Praktikant bei der NASA eigentlich ein Zeitreisender ist, der irgendwann so eine Master-Idee hat und es die ganze Zeit geheim halten muss, so für sich, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Das ist so undercover, undercover aus der Zukunft. Ja. Das wäre ja immer stark, stell dir mal vor. Ja, wir wissen es halt nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, ähm, in Roswell, in diesem abgestürzten Objekt, ob da irgendwie mal an die Öffentlichkeit herangetragen wurde, gab es da Lebewesen drin? Hast du da irgendwelche Informationen drüber oder hat man da gar keine Lebewesen irgendwie in dem Sinne? Ich meine, wenn die nicht menschlich aussahen oder nicht menschlich waren, könnte man sich jetzt halt die Frage stellen, ne? Ist es ein Zeitreiseobjekt gewesen, was halt irgendwie auch natürlich dadurch, dass es vielleicht aus dem, nee, wenn es aus dem All kam, durch die Atmosphäre verglüht ist wie so ein Meteoroid? Oder, dass halt, äh, die Menschen wirklich anders aussehen in der Zukunft? Aus der fernen Zukunft? Man weiß das halt alles nicht. Du meinst aus meinen tausend Jahren? Was kann aus, äh, genau, uns Menschen werden, oder, ja? Was ich, wenn ich irgendwas höre über, man hat Außerirdische gefunden, dann war es, soweit, also ich habe mehrere Sachen schon gehört und gelesen, war es, ähm, meistens die kleinen grünen Männchen mit den großen Augen. Ja, aber das sind ja dann, ist ja außerirdisches Leben, das ist ja nicht wir Menschenleben. Äh, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich glaube, ich habe dir das schon mal gezeigt. Weil, kennst du dieses Interview mit dem Alien in diesem Verhörsaal, in diesem Verhörraum, der halt, also sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit, dass es gefakt ist, ist doch relativ hoch. Da ist aber wieder der Punkt, ich will jetzt hier nicht irgendwie verrückt klingen oder so, nur, was ist, wenn die ein Prozent vielleicht doch, also wenn es doch echt ist, nur du gehst halt davon aus, ah, das ist fake. Weißt du, was ich meine? Ist ja auch egal. Nur der erzählt ja davon, dass, er ist ja von der, von der Erde. Er ist ja ein Erdling. Wir sind ja auch Erdlinge. Ja. Und der sieht halt aus wie, der ist, was ist denn der, ein Meter neunzig, grau-bläulich und sieht halt aus wie so. Naja, der hat Arme, der hat Beine, der hat einen Kopf, der hat Augen, eine Nase, einen Mund. Ja. Also im Endeffekt funktioniert diese Gestalt ja wie eine menschliche Gestalt. So weit, wie wir es wissen. Ja, klar, das kann natürlich alles sein. Man weiß es halt nicht, ne? So, dann kann man dann nochmal weiter irgendwie auch in die Geschichte reingehen und mal ein Beispiel nennen. Das habe ich jetzt gelesen und ich gebe es auch nur wieder. Viele historische Staatsoberhäupter haben sich natürlich diesem Thema Zeitreisen auch nicht angeschlossen, aber sich damit befasst und einer, der, der sich damit sehr doll befasst hat, ist der Hitler. Der hatte wirklich tatsächlich viele seiner Anhänger oder die da mit ihm zusammen alles, ja. Auf jeden Fall hat der viel auf der ganzen Welt gesucht und geforscht bezüglich des Themas Zeitreisen. Und man sagt auch, dass diese Technologie der Nazis ja sehr fortschrittlich war für deren Zeit. Die waren extrem am Start. Die haben halt wirklich super krass geforscht und ich denke auch experimentiert. Es gibt tatsächlich eine Konstruktion, das ist irgendwo in der Nähe von Polen oder so. Das heißt irgendwie Hensch, Polen, Hensch irgendwie. Das ist so ein, ja weiß ich auch nicht, so ein Stahlträger in so einem kreisförmigen Konstrukt. Und da soll es tatsächlich so sein, man sagt dazu, dass da die Nazis eine Art Glocke konstruiert haben. Die Nazi-Glocke, klar. Genau. Man weiß halt nicht genau, was das war. Auf jeden Fall soll innerhalb dieser Glocke, also das soll so ein technisches Objekt gewesen sein, was ausgesehen hat wie eine Glocke. Und diese Stützkonstruktion, die da an diesem Ort noch steht, lässt halt darauf schließen, dass man irgendwie diese Glocke anhand von Seilen oder von irgendwie Ketten oder so daran befestigt hat. Und diese Glocke in sich hat sich halt gedreht. Wie so eine Art, wie dieser Teilchenbeschleuniger. Also man hat mit der Lichtgeschwindigkeit gespielt. Und innerhalb dieser Glocke soll wohl so eine lila Flüssigkeit dann wohl gewesen sein. Und Ringe, und die sollen sich entgegengesetzt irgendwie bewegt haben. Und dadurch soll sich halt, hat man die Schwerkraft irgendwie kontrolliert. Und es ist Resultat dann halt gewesen sein, dass man irgendwie Zeitreisen-Experimente damit gestartet hat. Man kann im Internet sich irgendwie auch Videos oder Bilder angucken. Oder wenn man irgendwie Dokus über die Glocke eingibt oder so. Das sieht richtig krass aus. Aber irgendwie auch voll gruselig. Wenn es wirklich so gewesen sein soll, dass die so ein Objekt konstruiert haben. Naja, der kleine Adolf war da ja ordentlich unterwegs. Der hat ja in Ägypten buddeln lassen. Der war in Antarktis, hat der buddeln lassen. Allgemein geforscht hat er aber sehr viel. Der war voll am Start mit sowas. Ja. Also auch menschliche Genetik und sowas alles. Ja, ja. Ja, der war da ja sehr wissbegierig. Der hat ja auch probiert, ein UFO zu bauen, ne? Ah, okay. Und auch sein, was ist denn das? Sein Technikfreak, also der alles da entwickelt hat. Sein Ingenieur und sowas. Der wurde ja dann nach dem Krieg ja auch von den Amis dann sozusagen befördert. Genau, das habe ich nämlich auch. Dieser Hans Kammler war wohl sein Name. Der, wo die Alliierten halt immer näher kamen und der Krieg sich dem Ende näherte, sollen die den, also der war auch an so Waffenprogrammen beteiligt und der soll tatsächlich entweder, sagt man, mit der Glocke in eine andere Zeit dann gereist sein, geflüchtet sein, sich umgebracht haben oder die Alliierten haben den halt nach Amerika mitgenommen und den eingestellt, in Anführungsstrichen, um für den, für die entweder weiter an diesem Glockenkonstrukt zu forschen und zu arbeiten oder ja, sich einfach diesem Thema Zeitreisen und Raumfahrt und sowas alles, ja, mit dran zu arbeiten, was auch der Werner von Braun, das ist auch so ein Name, der, ein Wissenschaftler, der von den Amis mitgenommen wurde, um halt auch Thema Raumfahrt dann weiter zu, also viele deutsche Wissenschaftler wurden dann in die USA. Deutsche Ingenieure sind heutzutage immer noch überall am Start. Raumfahrt, viel, genau. Ja, so viel dazu. Diese Glocke wurde allerdings nie entdeckt, also man weiß bis heute natürlich nicht, ob die wirklich existiert hat oder ob die USA die mitgenommen haben. Die hat auch Amerika. Es ist eine Legende oder befindet sie sich in einer anderen Zeit, ist die Glocke an sich auch ein zeitreisendes Objekt. Das weiß man halt, wie gesagt, nicht. Es blieb halt alles, ist alles geheim in der USA. Hitler hat die benutzt und ist irgendwo in einem anderen Universum. Hitler hat sich doch umgebracht, oder? In seinem Bunker. Das wird gemunkelt. Ah ja, okay. Ich glaube es nicht. Na gut, auf jeden Fall, in der heutigen Zeit gibt es immer mal wieder Hinweise, natürlich auch im Internet an Fotos, an irgendwelchen anderen Videos oder wie auch immer, dass es so sein könnte, dass es Zeitreisen gibt oder zeitreisende Menschen. Es gibt ein anderes Foto von einem Mann, das 1905 entstanden ist, an der Ostküste der USA, an so einer Werft. Da siehst du halt so eine Werft, Schiff, Hafen, ganz viele Menschen und inmitten dieser Menschen fällt halt ein Mann auf, der einen Irokesenschnitt hat, 1905. Ja, stylisch. Gut, was ja eher Mode war in den 70er, 80er Jahren und er hat wohl auch irgendwie ein T-Shirt an. Habe ich jetzt nicht richtig erkennen können, was irgendwie auch etwas moderner ist und nicht dieser Zeit entspricht, so wie die ganzen anderen Menschen da auf dem Foto aussehen. Sehr merkwürdig. Man kann sagen, Irokesenschnitt, okay, viele Indianer, die Mohawks und sowas, die hatten ja auch entsprechende Frisuren, aber trotzdem irgendwie ein bisschen merkwürdig. Kann man vielleicht auch nochmal weiter ein bisschen forschen. Dann gibt es noch was anderes, eine ganz große Sache, die Thema Zeitreisen auch beeinflusst oder vielleicht Zeitreisen erklärender macht oder bestätigt, dass es vielleicht so etwas gibt, ist 1943 ein, so ein, also so ein riesen Schiff, ein Zerstörer, so nennt man ja gewisse Schiffe, die Eldridge. Da wurde irgendwie berichtet, die war halt auf Wasser und auf einmal so ganz viel grüner Nebel um diesen Zerstörer rum und auf einmal war sie weg, hat sich in Luft aufgelöst und dann haben Menschen berichtet von einem anderen Hafen, da tauchte dieser Zerstörer auf einmal auf, dann war er wieder weg und dann war er auf einmal da und dann war er auf einmal da, also so ganz schräg, unabhängig voneinander, haben Menschen das halt an unterschiedlichen Häfen berichtet und ja, vielleicht haben die von der, das sind amerikanischer Zerstörer auch, haben die an diesem, auf diesem Zerstörer oder ja, an diesem Schiff halt irgendwie Experimente, also da gab es sehr, sehr viel Technik auf diesem Zerstörer und die haben vielleicht probiert, experimentiert. Die hatten die Glocke. Das weiß ich nicht, aber da vielleicht Versuche zu Zeitreisen stattgefunden haben, könnten sollen, das heißt auch so dieses Philadelphia Experiment. Ah, ja, 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 das Philadelphia Experiment, das kenne ich, da müssen wir auch mal eine Folge drüber machen, das ist richtig crazy. Genau, also ich glaube, wenn man sich damit mal richtig befasst, dann ist es wirklich sehr, sehr interessant, also da soll es halt riesige Mengen an Strom und magnetischer Magnetismus stattgefunden haben. Man sagt vielleicht, also das Teleportation, wenn etwas auch vor deinen Augen verschwindet und woanders auftaucht, spricht man ja von Teleportation, was natürlich irgendwie ja auch in Verbindung mit einer Zeitreise besteht. Man hat irgendwie, ja, man hat irgendwie so mal berechnet oder in Bezug auf dieses Philadelphia Projekt Experiment kam halt heraus, wenn man jetzt eine Minute durch die Zeit reist, dass man halt auch einen bestimmten Weg hinter sich lässt. Also die sagten, eine Minute könnten 1800 Kilometer sein. Deswegen war dieses Schiff halt da, dann war es auf einmal weg und befand sich halt 1800 Kilometer woanders. Also das spielt dann auch alles mit einer Rolle. Und zwei große Namen, die wir natürlich nicht mit diesem Thema weglassen können, sind Albert Einstein und Nikola Tesla. Albert Einstein, naja, die Relativitätstheorie natürlich und Nikola Tesla, der ja sehr viel rum experimentiert hat mit den sogenannten Todesstrahlen auch, die er irgendwie versucht hat zu erzeugen, die ja in Verbindung mit Unsichtbarkeit stehen. Und der soll auch vieles an die Amis halt abgegeben haben, verkauft haben oder wie auch immer. Aber er wollte dann eigentlich mit diesem Thema Zeitreisen auch nichts zu tun haben. Also das war irgendwie alles so ein bisschen komisch. Bei dem Tesla habe ich gehört, wo der gestorben ist. Genau. Kamen denn halt die Amis? Ja. Weil ich finde ich also, finde ich irgendwie alles ganz schön crazy. Und da wurden irgendwie alles, alle seine Dokumente und all sowas wurde irgendwie in Kisten gesammelt. Ja. Und man hat irgendwie alles eigentlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, außer irgendwie so fünf Kisten oder so. Fünf Kisten sind, also es waren irgendwie, keine Ahnung, dass es 215 Kisten gewesen sein und nur 210 haben das Licht der Welt erblickt und fünf nicht. Ja, ja, also seine ganzen Dokumente, seine ganzen Forschungen und so, das haben die dann alles eingesackt und mitgenommen, ja. Hat der keinen Kind gehabt wegen Erben oder so? Das muss doch vererbt werden an die, also was soll das? Wenn das Militär früher kommen, keine Ahnung, wie das früher, der ist 1943 gestorben, also weiß ich nicht, wie das damals so, wenn der sowieso schon in Kontakt mit dem Militär und mit so Experimenten und sowas stand, dann ist doch klar, dass die kommen und alles schützen wollen, geheim halten wollen, was der sonst noch so geforscht hat. Ja, das war bestimmt ein cooler Typ. Auch tatsächlich haben, also zu dieser Unsichtbarkeit oder Zeitreisentheorien, wie auch immer, hat auch Stephen Hawking vieles bestätigt nach seinen Berechnungen, dass das wirklich wahr sein kann, dass man sowas irgendwie machen kann. Und naja, Albert Einstein hat es natürlich auch, also Stephen Hawking hat auch viele Theorien von Albert Einstein bestätigt, die er so berechnet hat. Also das sind alles aber zu krasse. Das ist ein bisschen Hardcore-Stoff, ja. Also das, in diese drei Köpfe möchte ich jetzt nicht reinsteigen. Ich bin zwar so brain, aber nicht so brainig. Du bist alle drei zusammen. Oh Gott. Alle drei zusammen bin the brain. Ah ja, oh Mensch. Dann, also wie gesagt, hiermit alles bestätigt. Nein, genau, es tauchen halt immer wieder auch Geschichten und so Sachen auf. Es gibt irgendwie auch ein Video von so einer Lehrerin, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aus welchem Jahr, die irgendwie Schüler unterrichtet und dann irgendwie über so Baseball-Spiele oder so berichtet. Und dann steht da an der Tafel auch irgendwie so ein Spielergebnis von einer Mannschaft gegen eine andere Mannschaft und es war halt exakt das Ergebnis, wie es dann halt Jahrzehnte später kam es zu diesem Spiel zwischen diesen Mannschaften und dann ist es genauso ausgegangen. Alles Zufall. Totaler Zufall. So, dann gibt es noch eine andere sehr interessante Sache und zwar ein Stützpunkt der US Air Force. Camp Hero nennt sich das auf Mount Hawk. Muss man alles einfach mal googeln. Doch, Camp Hero, da klingelt es bei mir irgendwie. Und da gibt es eine Sage Radaranlage, die angeblich ein System ist zur Luftsicherheit, die, ja genau, einfach da ein bisschen kontrollieren sollten. Das ist aber wirklich eine sehr sagenumwobene Anlage, die ist jetzt halt nicht mehr da, aber die ist komplett ab, also die ist nicht mehr in Gebrauch, die ist komplett abgeschottet. Und alle Eingänge und so sind wirklich total zugemauert. Oberhalb ist nur dieser Sendemast halt noch zu sehen. Und auf der Erde, also ist natürlich jetzt alles zugewachsen und so, sind halt nur so Mauerstücke. Und man sagt halt, also oberhalb der Erde ist jetzt halt Naturschutzgebiet. Und was aber sich unterhalb der Erde befindet, unterhalb dieses Stützpunktes, ist halt geheim. Da darf keiner rauf, da darf keiner rein. Es kommt auch nie irgendeiner unterhalb der Erde, weil alles zugemauert ist. Aber was fand dort unten statt? Was verheimlicht, oder verheimlicht, sondern bewirkt, nee, verwirkt, nee. Verbürgt. Verbürgt dieser Stützpunkt. Und dazu wird sich halt nicht geäußert. Angeblich, ja, wurden da Versuche auch an Menschen gestartet bezüglich Zeitreisen. Die aber sehr, sehr, naja, wie, schiefgegangen, naja, es sind halt voll viele Menschen gestorben. Also, es gibt halt einen, der hat darüber öffentlich mal geredet, der hat da von 1970 bis 1983 gearbeitet. Ich habe jetzt diesen Namen Svjördlöfs. Svjördlöf. Ein, der sagt, dass da zeitreisende Versuche stattgefunden haben. Der ist irgendwie verwandt mit dem ersten Staatsoberhaupt der Sowjetunion. Und sein Cousin war irgendwie der Gründer des KGBs. Also, ist jetzt nicht so eine unbekannte, unbekannter Mensch. Ich wollte jetzt schon Figur sagen. Aber, ja. Und der sagt halt, da gibt es diesen, auf diesem Montauk, auf dieser Station, diesen sagenumwobenen Stuhl. Ein Zeitreisestuhl. Der so funktioniert, dass er mit einer elektromagnetischen Technologie irgendwie umworben ist. Wo ganz viel Strom fließt, sodass ein Wurmlocheffekt entsteht. Genau. Das ist jetzt ein nächster Theorieansatz, dass durch Wurmlöcher Zeitreisen stattfinden können. Aber, wie gesagt, es gab sehr, sehr viele Probanden oder Menschen, die da sich auf diesen Stuhl setzen mussten, um an denen geforscht zu werden. Und er sagt, dass viele im All landeten. Einfach. Irgendwie. Oh. Und, äh, nicht ein Prozent von diesen ganzen Menschen hat überlebt. Und die, die überlebt haben, sind wohl Matsch in der Birne. Schön. Waren bestimmt irgendwelche Leute, die zum Tode verurteilt waren. So eine Schwerstkriminelle, die wohl gesagt hat, oh so, pass mal auf, du hast zwei Optionen. Option A, du kommst auf einen Stuhl auf einen elektrischen. Option B, du kommst auf einen anderen Stuhl und wir probieren, dich in die Zeit zu schicken. Und entweder gehst du dabei drauf oder du überlebst das. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was die Resultate dieser Experimente waren. Ich möchte, es ist alles. Es ist alles geheim. Ja, also das ist schon, ähm, finde ich ganz schön grausam alles. Na, aber, ja, klar, Menschen experimentieren und wie sollst du es anders machen, also. Oh, das ist schon krass. Ja, ich meine, dieses ganze Elektromagnetische ist ja sehr, sehr, scheint ja sehr, ja, so funktioniert halt das Leben irgendwie, ne, mit Elektromagnetismus. Ja, vor allen Dingen, es taucht halt überall auf. Genau. Egal, wo wir uns befinden bei unserem Podcast, überall hört man, ja, da ist ganz viel, der Magnetismus ist da ganz stark und so. Das ist überall an diesen Orten auf der Erde. Ja. Oder wird erzeugt oder wie auch immer. Ich stelle mir jetzt erstmal gleich einen Magnet. Ähm, ja, bezüglich Zeitreisen, um da auch nochmal was Unerklärliches zu nennen oder was vielleicht ein Denkansatz sein könnte, es wurde eine, also eine Uhr, aber als Ring, es gibt ja Ringe, die auch eine Uhr sind sozusagen, ne, so, also so klein. Ähm, so eine Art Gegenstand wurde in einem Grab, in einer Grabkammer gefunden aus der Ming-Dynastie, die aus dem 17. Jahrhundert stammen soll. Ähm, und das wurde irgendwie, ähm, ja, einfach entdeckt, diese Grabkammer wurde geöffnet und dann hat man in diesem Grab halt so eine Ringuhr gefunden, die 10.06 stehen geblieben ist. Jetzt fragt man sich, hä, wieso befindet sich in einer Grabkammer aus dem 17. Jahrhundert so eine Ringuhr? Lag da ein Zeitreisender drin? Da kann ich nur, ähm, reagieren, indem ich dir erzähle von der Mumie, die man, äh, gesehen hat oder gefunden hat, die man geröngt hat und, äh, siehe da, äh, die hat, äh, es gibt eine, die hatte eine feste Zahnspange, da wurden die Zähne mit Draht zusammengebunden und die Mumie ist, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Jahre alt. Und dann gibt's noch eine andere Mumie, die hat, ähm, die hatte einen Schädelbasisbruch und da wurde mit einer Metallplatte der Schädel wieder zusammengemacht und die ist auch 2.000, 3.000 Jahre alt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die in Ägypten da, äh, in einem Zelt saßen und gesagt haben, pass mal auf, kein Ding, wir schneiden den Kopf auf und ich mach dir hier einfach eine Eisenplatte ran, die hämmer ich dir rein, dann mach mein Kopf wieder zu und dann ist alles wieder in Ordnung. Ja, freaky. Ist ein bisschen freaky. Nicht nur ein bisschen. Ist ein bisschen krass, ja. Also so Zahnspange, dass hier irgendwas mit Draht zusammen, finde ich jetzt nicht so abwegig. Naja, aber du brauchst speziellen Kleber und alles, um das auch zu befestigen, damit es überhaupt so in der Art wirken kann, wie es wirken soll. Das wurde ein bisschen brutalen Barriere zusammengetackert. Das kann ich mir schon eher vorstellen. Hä? Das, also nicht an die Zähne. Ich hab keine Ahnung. Was da für eine Wissenschaft hinter steckt? Ja, natürlich. Nur das kann ich mir eher vorstellen, als dass der, dass der Schädelbruch, dass die da, also das hätten die doch nicht, hätten die gesagt, so hier, mach mal ein bisschen das Messer sauber. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. Also entweder gab es wirklich, aber 17. Jahrhundert und dann eine Ringuhr, das ist ja dann doch ein bisschen zu nah an uns dran. Weil ich immer manchmal denke, vielleicht antike Welt und so, vielleicht gab es schon mal eine Gesellschaft, die hochentwickelt war, die hier lebte, wo man sowas gemacht hat und durch irgendwas, so wie die Dinos ausgestorben sind. Ja, die haben die Pyramiden gebaut zum Beispiel. Die Dinos, ja, genau. Die Dinos haben die Pyramiden. Reitend, die Menschen waren reitend auf dem T-Rex, der dann die Steine hochgehoben hat. Die Riesen. So, jetzt noch mal ein ganz anderes spannendes Thema, wenn wir noch mal darüber nachdenken, was für Persönlichkeiten oder bekannte Persönlichkeiten Zeitreisende sein könnten, reden wir über den guten, alten, höchst intelligenten. Mr. Fröhlich, achso. Nee, so Brian. Nee, ich bin ja nicht ein R. Egal, vielleicht doch auch. Leonardo da Vinci. Der hat ja viele Zeichnungen von höchst technologischen und medizinischen und weiß ich nicht was alles gemacht, wo man sich fragt, hä? Also wir wissen ziemlich viel über das Leben von Leonardo da Vinci. Jetzt mal so, erst mal als Vorinformation. Sein Leben ist halt gut dokumentiert. Es gibt nur eine Lücke in seinem Leben, die zwei Jahre umfasst. Und die haben die Amis. 1476 bis 1478. Nobody knows, wo Leonardo da Vinci war. Der hat auf Montage. Der war auf Montage in Osnabrück. Der war ja vor diesen zwei Jahren schon eigentlich sehr fortschrittlich in seinem Wissen im Vergleich zu den Menschen, die damals lebten. Aber nachdem er 1478 wieder aufgetaucht ist und es wieder Dokumente gibt über ihn, war er auf einmal super intelligent, wie ich jetzt plump gesagt. Doch. Er war einfach, diese ganzen krassen Sachen, die er dargestellt hat und so, sind nach diesen zwei Jahren entstanden. Der hat zwei Jahre Au-pair-Mädchen gemacht. Und es gibt ja Berichte über ihn, Tagebuch oder wie auch immer. Er sagt, er geht jetzt einfach mal für eine gewisse Zeit in eine Höhle. Er hat es also wirklich auch so festgehalten, dass er jetzt einfach mal weg ist und dann irgendwann wiederkommt. Und er hatte einfach mehr Wissen. Er hat alles aufgezeichnet, also technische Instrumente, Karten. Er hat nach diesen Jahren aus der Vogelperspektive Städte, Dörfer gezeichnet. Was, 1478, ja? Das ist schon krass. Also, ja, Körper, Biologie, alles, also man kennt ja so seine, das ist ja der absolute Wahnsinn. Er erinnert mich ein bisschen an die Karte von Piri Reis, dem guten alten Piraten. Ja. Ist ja auch 1400 irgendwas gewesen und der hat ja auch die Anarktis und so alles eingezeichnet von der Vogelperspektive. Woher? Also, was war denn da in der Höhle los? Wahrscheinlich war es die gleiche Höhle, die haben sich da getroffen, Auslandssemester. Ja, Piri Reis und Bawinchi. Das ist der Sammelpunkt der Zeitreisenden. Da kommen die Auserwählen hin. Ja, also das ist halt sehr unerklärlich komisch. Also Leute, ihr habt jetzt eine Hausaufgabe bis nächste Woche, die Höhle finden. Genau, wo ist diese Höhle für Zeitreisen? Genau, also all diese Sachen, über die wir jetzt geredet haben, sind halt sehr merkwürdig, spiegeln irgendwie Zeitreisen wieder, finde ich, machen es irgendwie ein Stück weit erklärlicher oder man geht an die Sache anders ran und fragt sich wirklich, hä, das kann doch gar nicht sein. Das kann ja nur eine logische Schlussfolgerung sein, dass man sagt, okay, der muss doch irgendwie mal kurz in einer anderen Zeit gewesen sein, um sich dort das Wissen zu holen. Oder es wurde uns Wissen gebracht aus der Zukunft, damit wir es weiterverarbeiten können, um fortzukommen. Wir brauchen immer Hilfe. Generell gibt es auch, wenn man sich wirklich die letzten Jahrhunderte zurückblickt, immer, wenn irgendwie was Gravierendes, Neues entstanden ist, sei es Technik oder irgendein anderes Konstrukt oder wie auch immer, gab es immer irgendwie etwas Spezielles, so einen Zufall in Anführungsstrichen, warum auf einmal jetzt dieses Ding da erfunden wurde und es weitergehen konnte in der Forschung. Ja, es gibt doch auch hier bei uns in der Geschichte auch irgendwie fünf Jahre, die nicht dokumentiert sind. Ja. Irgendwas, ich glaube, 17. Jahrhundert irgendwie so, gibt es eine Zeit, da ist fünf Jahre lang, fünf Jahre lang nichts passiert auf der Welt, gar nichts. Einfach, wir machen mal fünf Jahre, machen wir nichts. Aha, okay. Müssen wir uns auch mal irgendwo angucken. Es gibt einen Zeitraum in der Geschichte, da ist nichts, kann sogar noch länger sein. Es ist einfach nichts passiert. Ja, das finde ich auch mega interessant. Wie nennt man diesen Zeitraum? Ey, jetzt lass mal hier die paar Toppeln an. Ich habe keine Ahnung, wie man den Zeitraum nennt. Ich habe davon nur mal gehört, dass es eine Zeitlücke in unserer Geschichte der Menschen gibt. Ach, Zeitlücke, okay. Dass einfach nichts passiert. Das ist einfach so, hier hat man das Rad erfunden, hier hat man erfunden, wie man, keine Ahnung, das Schwein richtig aufzieht und hier und da ein Hauptsasser und dann ist einfach Pause. Also Pause. So fünf Jahre, ein paar Jahre einfach nichts und dann, so, habe jetzt ein Schloss gebaut. Da hat irgendjemand in unseren Gehirnen einen Schalter umgeklickt. Simms, wie Simms, das Computerspiel. Funktioniert jetzt einfach monoton weiter, bis ich dann wieder den Schalter umklicke und der Strom wieder fließen kann. Na, du weißt ja, es gibt ja auch das Gerücht über das Alienkind, was im Keller am Computer sitzt und ein Spiel spielt und dieses Spiel nennt sich Menschheit. Ja, das ist jetzt aber sehr weit, äh, du gehst schon wieder zu sehr in die Verschwörung rein. Ich bin ein bisschen Science, Science Fiction heute. Ja, nicht nur heute. So, auf jeden Fall, um abschließend vielleicht euch nochmal mitteilen, äh, mitzuteilen. Denn Einstein hat wirklich mit seiner Relativitätstheorie ... Das ist ein furchtbares Wort. ... es wirklich bestätigt, dass es möglich ist, äh, mit Gravitation, äh, Wurmlöcher, wie auch immer. Also, also das, als Einstein hat das halt irgendwie alles, frag mich jetzt nicht, ähm, auf jeden Fall hat er bestätigt, dass es funktioniert, dass man Wurmlöcher erzeugen kann oder dass es Wurmlöcher gibt. Und ist mir jetzt, ich hab mich jetzt leider mit Einstein noch nicht so doll befasst. Auf jeden Fall, finde ich, ist das ein Beweis dafür, dass es ja irgendwie möglich ist, entweder die Zeit zu beeinflussen, vielleicht auch als Mensch durch die Zeit zu reisen, aber irgendeine Möglichkeit besteht, dass man halt mit der Zeit arbeiten kann, experimentieren kann. Wobei es immer heißt, du kannst das, was passiert ist, nicht ändern. Du könntest jetzt theoretischerweise nicht, um es jetzt mal ganz krass zu sagen, du könntest jetzt nicht in die Zeit reisen und Baby-Hitler töten. Nee, ja, deswegen ... Das würde nicht gehen, wegen physikalischen Gesetzen und bla, hopps, da, und hier und da. Das ist die Sache, was du vorhin meintest, dass alles irgendwie einen Grund hat oder so, dass das Universum oder was auch immer da ist, es so wollte und deswegen muss es so passieren. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Interessantes Thema. Sehr interessantes Thema. Also wie gesagt, wenn es jetzt irgendwann mal dazu kommen sollte, dass man Zeitreisen machen kann, das wäre ja der absolute Freizeitspaß für die Menschheit, glaube ich. Und? Da würde man ja Schlange anstehen. Stell dir mal vor, es würde irgendwie so ein Haus überall auf der Welt, in jeder Stadt gibt es so ein Haus und dann kannst du dich da anstellen, wie an einem Museum. Wo möchten sie jetzt hin für fünf Minuten? Weißt du? In so einer geschützten Blase, wo dir nichts passiert? Zum Abschluss vom Bau der Cheops-Pyramide bitte. Gut, okay, macht 15 Euro. Und dann bist du für fünf Minuten da. Das wäre geil. Wie krass. Dann kannst du da stehen und ziehst dir einfach rein, wie die dir die Pyramide zu Ende bauen. Ja. Wir waren ja jetzt gestern, waren wir ja im ägyptischen Museum. Also ägyptisches Museum, Ägypten, 3000 vor Christi oder wie auch immer. Das ist doch, was da alles entstanden ist, was die Menschen da erzeugt haben. Diese ganzen Särge und diese ganzen Figuren und diese, da stehen ja momentan hier bei uns in Berlin diese Schifahrtafeln, also die Originalen, die wandern ja auch gerade von Museum zu Museum, wo diese ganzen eingravierten Hieroglyphen und weiß ich nicht, was da alles, also die Menschen abgezeichnet sind. Also das ist ja der absolute Wahnsinn. Also das sind halt, ich weiß nicht, ich finde das mega interessant. Also nach Ägypten möchte ich unbedingt. Aber die einzige Frage ist, warum immer auf diesen ganzen Hieroglyphen, Steintafeln und so die Menschen immer von der Seite irgendwie eingemeißelt wurden. Weißt du, die stehen ja immer irgendwie so da. Ich zeige es jetzt Mr. Fröhlich natürlich, aber ja. Weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich würde auf jeden Fall jede Woche dann an dieser Zeitreisestation stehen und überall mal hingehen. Wahrscheinlich. Aber ich glaube, in die Zukunft würde ich nicht reisen. Das macht mir zu mehr Angst. Ich wollte nur sagen, wegen Einstein und Gravitation und sowas, das ist da, dann Wurmlöcher und so, wie wir ja gelernt haben in unserer einen Folge, nicht den Gravitationsverstärker benutzen. Oh ja, der Black Knight Satellite. Und der Black Knight Satellite ist ja dann auch zeitreisend zurückgeschickt. Ja. Da hat uns übrigens jemand geschrieben, seine Theorie, warum diese Nachricht halt 48 Stunden lang ist und man die so schnell beschleunigen muss und sowas, dass sie durch die Raumzeitkrümmung, halt durch das Wurmloch ist halt diese Tonaufnahme, die ja nur 10 Sekunden geht, wurde so verzerrt und so, dass sie halt 48 Stunden lang geworden ist durch die Zeitreise. Ja, da haben wir wieder das Thema eine Minute, entsprechende Kilometeranzahl und dann vielleicht Tonbandaufnahmen, die, ja. Das ist doch alles schräg. Das kann man doch nicht erklären. Ich weiß nicht. Was man eventuellerweise doch erklären könnte ist, ich habe ja auch noch was. Ich habe ja am Anfang gesagt, oder du warst doch fertig, ne? Ich bin durch mit meinen Notizen. Ich kann mich zurücklehnen. Und los, Mr. Fröhrich. Ich hatte ja gesagt am Anfang, dass es hier top aktuell ist. Ein top aktuelles Thema. Stimmt, habe ich schon wieder vergessen, siehst du? Siehst du mal. Ich hoffe, der Hörer oder die Hörerin hat es nicht vergessen. Denn es ist nämlich so, dass vor einigen Tagen kam ein Video online von einem Menschen, der behauptet, er ist ein Zeitreisender. Und jetzt hast du irgendwie so einen Blick, als ob du starb bist. Ich frage mich jetzt gerade, ob das so ein Quatschvideo ist oder ob das wirklich, ob du belegen kannst, dass es vielleicht irgendwie doch ein bisschen echt ist. Also ich kann nur das belegen, was er mitteilt. Ob das denn passiert, werden wir sehen. Du verbreitest schon wieder so eine Angst jetzt, ne? Warum Angst? Also passt auf. Es gibt einen Menschen, der sagt, er ist ein Zeitreisender. Und er behauptet, dass am 24. Mai diesen Jahres, drei Tage nach meinem Geburtstag übrigens, ist ein kleines nachträgliches Geburtstagsgeschenk für den kleinen Mr. Fröhrich, die Aliens in Amerika landen werden. Also richtig offiziell mit Fahne und hast du nicht gesehen, kommen die da an und sagen Moin. Nicht jetzt so undercover, sondern so offiziell kommt so ein Mutterschiff quasi über ein weißes Haus wie im Hollywood-Film theoretisch und dann landet da die Aliens. Ganz kurz nur, warum immer über Amerika? Ja, ich bin auch ein bisschen neidisch. Aber lass mich zu Ende reden, dann bist du nämlich gleich nicht mehr neidisch. Obwohl doch. Die Gruppe der Aliens nennt sich Nierons, so heißt diese Rasse, so wie die Menschen, die Nierons. Sie sind 2,13 Meter groß. Das ist schon groß. 50 Zentimeter übersetzt ich fast. Das ist riesig, ja. Ach Quatsch, schon nicht 50 Zentimeter. Ich bin auch Quatsch, 30 Zentimeter schon. Das ist ganz schön groß. 2,13 Meter ist riesig. Und sind friedlich. Also das sind nur ganz entspannte Leute. Sie kommen aus einer Zeit, er kommt aus einer Zeit, der Zeitreisende, wo es viele verschiedene Alienrassen gibt, die Bewohner der Erde sind. Also die genau hier auf die Erde zugehörig sind, wie wir Menschen. Zusammen mit den Menschen? Nein, das hat er noch nicht gesagt, ob wir zusammen sind, weil jetzt kommt nämlich die Problematik an der ganzen Geschichte. Die USA greifen die Aliens an, weil sie halt denken, das sind Feinde oder die wollen die Erde erobern oder die Menschen versklaven oder was auch immer. Und dann kommt es zum ersten interdimensionalen Krieg hier auf unserem Planeten, den die Menschen verlieren. Nein, was ein Wunder. Surprise. So, danach sei man jedoch imstande, sich Superkräfte zu mieten. Also die Menschheit wird nicht ausgerottet durch den Krieg. Die wird nicht ausgerottet, nein, nein. Nur wir verlieren den ersten Krieg. Und das soll jetzt in zwei Monaten passieren, ja? Und das passiert dann in drei Monaten. Zweieinhalb. Und die Superkräfte, die man sich mieten kann, welche das genau ist oder sind, darauf ist er nicht eingegangen. Ob es jetzt fliegen ist oder ich kann unter Wasser atmen oder ich kann, keine Ahnung, ich kann meinen Puls auf einen Schlag die Minute runterfahren, damit man denkt, ich bin tot, was auch immer. So wie ein Krokodil. Und wie viel soll sowas kosten? Hat er auch nicht gesagt. Dein Jahreseinkommen. Und das kann man halt machen aufgrund von der Alien-Technik und der Alien-Sache, man wird ja auch ein paar Aliens dann töten können und die erforscht man dann auch und ein paar Waffen findet man von denen. Und auf die Basis kann man dann irgendwie die Alien-Technologie nutzen, um Superkräfte zu machen. Ach, dann wird es ab da dann Superheroes hier auf der Welt geben. Quasi, Superman ist dann am Start. Jetzt wird wiederum, wo man sagt, jetzt geht es so ein bisschen, dass selbst ich sage, naja, okay, das ist ein bisschen seltsam, weil Tage nachdem dieser Mensch, dieser Zeitreisende, dieses Video veröffentlicht hat, kam noch ein weiterer Zeitreisender, der sich zu Wort gemeldet hat. Ja, jetzt wird es ein bisschen, ich wollte es trotzdem erzählen, weil es halt aktuell ist und in den Medien halt auch berichtet wird. Wäre ein cooler Stopp für einen Film. Der behauptet, dass in drei Jahren, also im Jahr 2025, in Kalifornien wird es zu einem Erdbeben kommen und zwar zu dem größten Erdbeben in der Geschichte der Erde. In der Geschichte der Erde? Ja. Und woher weiß der das, wenn der aus der Zukunft? Aha, okay, erzähl mal weiter. Vorher entdeckt der Mensch noch, dass die größte Kreatur der Welt, wenn du dir mal überlegst, dass ein Blauwar irgendwie 22 Meter groß ist, ne? Gibt es was Größeres noch? Ähm, es lebt unter Wasser, zum Glück, und soll, ähm, Seren Kroin oder Kroin, Seren Kroin genannt werden, dieses Monster. Und das wird halt als Monster entdeckt. Und das wird im Jahr 2023, also nächstes Jahr entdecken die das. Es ist so, musst du dir vorstellen, hat so ein, ja, so einen elgenartigen Oberkörper. Also so, bis zur Hüfte ist es so mit Brust und Bauch und Arme und Kopf, ne, und Mund und Nase und Ohren und Augen. Und darunter hat es so Tentakel, wie so ein Tintenfisch. Das hat dieser andere Zeitreisende gesagt. Ja. Und was hat das mit dem Erdbeben 25 zu tun? Das ist das, was der gesagt hat, die beiden Sachen passieren. Ach so, die beiden Sachen. Und damit man ihm halt glaubt, dass er halt sagt, da kommt eine Erdbeben in Kalifornien, sagt er halt, und damit er nicht denkt, ich erzähle Quatsch, wird halt vorher noch dieses Monster, Seemonster entdeckt. Nächstes Jahr. Und die beiden Zeitreisenden kennen sich, oder sind die unabhängig voneinander? Die scheinen unabhängig zu sein. Also noch haben die nicht viel, die haben nur diese... Der wurde angestachelt jetzt von dem anderen, dass er jetzt auch was preisgibt. Ich weiß es nicht, vielleicht, nur ich finde es sehr beunruhigend, denn, wie du ja weißt, habe ich ja eh schon meine Probleme, ins Meer zu gehen, weil ich immer denke, dass sofort ein Hai kommt und mich tötet. Wenn da jetzt wirklich so ein Riesenmonster ist, dann habe ich noch mehr Probleme, ins Wasser zu gehen. Naja, das wird ja nicht am Strand sein, das würde man ja sehen. Und du sagst auch zum Glück nicht auf der Erde. Wenn das so riesig ist oder so krass ist, dann hätte man das ja schon längst gesehen. Es muss ja in den Tiefen der Meere irgendwo sein. Und denk dran, ne, 15 Prozent der Meere sind erst erforscht, ne? Exakt, demente. So, das heißt, das Vieh zieht sich Blauwale zum Mittag rein. Na, wer weiß, was da alles lebt noch. Und ein weißer Hai ist ein Chick-McNugget für den. Ich wollte ja nur noch mal betonen, es gibt ja bestimmt auch noch ein paar Inselchen, die noch nicht entdeckt wurden. Es ist meine Theorie über die Jurassic Park-Insel, wo Dinosaurier noch leben. Deine Theorie, guck mal, wie ich deine Sachen schon so verinnerlich, dass ich denke, dass das wahr ist. Und ja, und verkaufst es hier als deine. Auch noch, ja. Das ist ein spannendes Thema mit Zeitreisen. Auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, dass es mega gefährlich ist, dass du da wirklich aufpassen musst, was passiert, damit, wie du halt sagst, dass halt alles irgendwie schon geschrieben ist. Alles passiert, wie es passiert. Und wenn du da irgendwie eingreifst, bringst du was aus der Bahn und dann gehen andere Sachen passieren, kommen erst gar nicht dazu. Weißt du, was ich meine? Das wird dann alles so, wie heißt das nicht, Schmetterlingseffekt? Doch, Schmetterlingseffekt. Wenn du hier Wellen schlägst oder so, dann breitet sich das aus. Ja, was meint ihr denn? Sehr spannend. Ihr Leute von heute, glaubt ihr an Zeitreisen oder denkt ihr, das ist Quatsch? Ist es möglich? Wo würdet ihr gerne mal hin? Wo wollt ihr hin? Zukunft? Vergangenheit? Oder einfach nur, Mist, ich will nochmal fünf Minuten zurück, damit die Brötchen im Ofen nicht verbrennen. Das bitte nicht, ja, das wird hier nicht einfach spaßeshalber ausgenutzt, liebe Leute. Wir wollen hier ... Und, jetzt mal ganz ehrlich, so schwer es vielleicht in der heutigen Zeit klingt, aber genießt jede Sekunde, die Zeit geht immer vorwärts. Sie bleibt nicht stehen. Ja, deswegen, so heißt es ja auch hier, wie bei einem schönen Film, einem schönen Buch, der Hobbit, heißt es ja auch ... Jetzt kommt er wieder mit sein. Ja. Ich sage nur, was überlebt alles, was überlebt auch Berge und Stein und macht alles nichtig, ohne zu sprechen, ohne dass man Flügel schlagen hört oder irgendwas kauen hört. Der Hobbit, oder wie? Nee, was verzehrt alles, ohne zu essen? Die Zeit. Ja, richtig. Deswegen nutzt jede Möglichkeit und schlaft auch schön, das ist auch wichtig, an unsere schlafenden HörerInnen. Jetzt gleitet in die Schlafenszeit. Ja, an die, die in der Mittagspause gerade sitzen, wir fühlen mit euch. Genießt die Mittagspause. Die Zeit, jede Zeit, man muss die Zeit nutzen. Jede Minute der Pause, bevor ihr wieder ans Malochen geht. Okay, dann ... Habt eine schöne Zeit, Leute. Habt eine schöne Zeit. Habt eine schöne Zeit. Bam. Ja. Das ist es. Also, habt eine schöne Zeit für immer und wir hören uns. Bye, bye. Bye. Bye.